Hallo und da sind wir wieder nach ein bisschen kurzer Pause hier bei uns zumindest Mein Internet ist abgeschmiert, er ist unschuldig Meint ich meine Schuld? Nein diesmal war es nicht deine Schuld Mein Internetrouter ist bisher so ein Witz für sich selbst Der überhitzt ja von sich aus immer Fähig also schön, vom Werk aus überhitzt der Das kenn ich mit meinem aber auch Vielleicht gleich ein Internetanbieter Was hast du denn für einen netten Anbieter? Ich glaube die Ultimedia aber es ist nicht mehr der Serienkasten Gut ich habe nicht nur Ultimedia aber Ja meine Welt ist auch Truhe Dann bist du nicht hingezogen und hast du ja beide wieder da Ja Hat es ja mal wieder geschafft Nicht innerhalb von zwei Monaten Wir haben gleich einen Tag Das hat die komische Fähigkeit von dir echt mal angefallen Langsam gefühlt ja Ist auch schön Ich habe irgendwie gefühlt ich schiesse langsamer nicht schneller Ja Ja Das ist die komische Teintacken hier Schön wie der Viech da oben drauf ist und wir kommen nicht dran Ja Ach man kann nicht alles haben Aua Wo willst du denn hin? Bin ich bis hier unten oder oben her? Weiß ich nicht Ach guck mal er ist runter gekommen Von seinem hohen Ross Lass dich nicht schlumpen Jo Ich sollte irgendeine Lampe holen Ne die Lampe haben wir ihm schon zurückgebracht Ah nein der will jetzt die Lampe von seinen Kollegen haben Achso Ja Kann er kriegen Naja Ich hab's eh lieber dunkel Schon auch wieder so ne Öllampe die nix bringt Wie die letzte Hier unten ist sie Ob die diesmal was bringt Ja vielleicht können wir ja vielleicht diesmal Butter reinfüllen Dann haben wir ne Butterkanne oder so Du hast komische Butter Ja frissige Butter Schmierst dein Brot nicht mit frissiger Butter an und willst die Kanne nicht holen Ja doch Aber der Typ der hat mich komisch angeguckt Ja ja du rennst wieder in die andere Richtung Ja die gucken mich auch komisch an Ja Was steht denn hier Achso Nach Yanau Die letzte Aufgabe ist Jin Ja ich bin mal weg ne Ja tschüss Ja cool Ja cool Ja cool die ist so ein komischer Teil das aus als würde mich wegbauten Schon ist er da Keine Gegner Keine Gegner Keine Gegner Keine Gegner Ähm Ist das so gesagt? Keine Gegner Das ist irgendwie äh Aus dem Schwert kommt ein Bogen Jaaaa Jetzt hast du was zum Waffenfallen Ich bin klein auf einmal gerade so riesen jetzt so Hallo ich bin da Ja und er teleportiert sich wieder mal Für mich geht's doch hier Wie, öhm Wie, äh Wie vieleISA Willkommen Ja, also wie vieleISA Dass das überhaupt nicht Öhm funktioniert Angstärke soda Nichts er hat sich hier auf bevor er einfach wird jetzt kommen dass wir raten ist mir so ein ganz kleines lebensabgeordnete welcher ist der wo nicht spiegelbild draufsteht wie kommst du da drauf und helfen zu mir durchspam ach du feuchel kommt doch her was kommt jetzt abwächter scheint mal wieder ein großer boss kommt zu sein ich gehe davon aus dass wir doch irgendwas falsch eingestellt haben nicht wir sind ja auf der gleichen stufe jetzt das ist doch ja nicht mehr unterstufe warte ab bis wir wieder in der nächsten Geburt sind ja wir sind wieder wieder slowly wofür sind wir ja auch gestorben das kann ich vergessen ich habe ihn nicht mehr in der nächsten du hast was ich gehe das ich gehe die ich habe den dort da ich gehe ich gehe Er zeigt mir den Finger auf mir und ich fliege drei Kilometer weg. Ich wundere mich warum der Typ einfach nicht die Fingerstippung hinbringen kann. Der kann's wohl. Ja, aber kann eigentlich nicht ne? Was würde er jetzt tun? Oh, er kann ja doch sterben. Ihr habt eine Quest abgeschlossen. Jetzt lacht der andere und der sagt jetzt verarscht, ihr seid alle tot oder so. Alles ist genauso gekommen wie ich es wollte. Ich habe meine Lampe der Mirakel. Endlich bin ich frei. Ich gestehe, diese Lampe ist viel wertvoller als ihr habt. Ezra Karr hat sie mir vor langer Zeit gestohlen. Und jetzt, da ich beide habe, bin ich frei mit meinen ältesten Rivalen überlegen. Was eure Wächterin betrifft. Euer Sieg über Ezra Karr hat die Magie geschmeckt, mit der man sie gefunden hat. Wir sollten ihr jetzt gegenübertreten können. Ein Teil des Handelns ist erfüllt. Hast du das durchgelesen? Hm? Der Typ war uns verarscht. Sein Teil, der hat gar nichts gemacht. Also ich habe alles, ich habe mein Teil erfüllt. Ich habe zwar nie was gemacht, aber ich habe es erfüllt. Oh Gott, jetzt müssen wir über diesen komischen Vogel reden. Der Laber ist schon wieder so irgendein wirres Zeug. Ich... Ihr habt Ezra Karr getüftet. Damit habt ihr die Verzauberung aufgehoben, welche die Wächterin des Mahners im Bann liegt. Ihr könnt sie jetzt bezwingen, ohne sie zu vernünftigen. Die Ezra hier haben die Wächterin zur festen Klammung in der Salzwürde gefahren. wo sie die Truppen für den Angriff auf Serapish sahen. Geht, kämpft euch durch die Esmo hier und befreit die Wächterin. Puh, das ist das Nächstes. Ihr habt eine Quest bekommen. Ihr habt eine Quest bekommen? Nein! Wir haben immer schon Questen gehabt. So, was haben wir hier? Eine Waffe, die macht weniger Schein als immer. Weg, 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 weg. Das klingt so, als ob wir gleich in dem Gebiet fertig sind, ne? Ja, weil die Wächterin jetzt dran ist, ne? Ja. Puh, auch nicht unbedingt schlimm. Ist halt so. 1,2 Manna wieder her, 51 Gesundheit. Nö, mag ich nicht. Dich auch nicht, dich auch nicht. Gift und Feuerschaden. Äh, guck die auch nicht. Ach, was ist denn da unten noch? Bonus auf Stärke. Das ist immer ne nette Rüstung. 39... Gift Schaden, Bonus, Nachkampf, Waffen, Schaden, D. Ja, geil. Super. Jetzt müssen wir wieder in den Tal da hinten hin. Sollen wir uns denn ja auf ihn porten? Nein. Ach, Menni. Weil Laufen ist doch viel schöner. Verdammt, ist doch weit weg. Ich hab nicht einfach porten sollen. Bist du wie sich schneller als ich? Bin ich? Müsstest du... Nein, ich warst ja damals auch schon immer. Weiß ich nicht. Du stehst da wieder AFK in der Ecke rum, ne? Wie, was? Ich steh nicht AFK rum. Bin ich nicht. Das ist in der Mitspieler. Dann lagts bei mir aber ordentlich. Echt? Weil ich war jetzt grad da, wo du warst, äh, die Gegner aufgeschlagen hast. Ich bin ein Stück vor dir. Naja, bei mir jetzt auch. Aber vorhin standest du noch ganz weit, ziemlich weit unten. Oder an. Na ja. Egal. Ach guck mal, jetzt dürfen wir auch da oben hin, wo wir hin sollten. Oder seh ich da falsch? Da hin, wo wir hin sollten? Was willst du? Wollten vorhin. Ach so, ja, ja. Wo du durchgelaufen bist. Ja. Wolltest du ja wieder voreilig sein. Ja, wenn wir da durchgegangen, hätten wir da einen Wegpunkt gehabt, hätten wir uns direkt dahin porten können. Porten. Dann hätten wir diese wunderschöne Landschaft nicht gesehen. Und dann? Dann wären die alle traurig gewesen. Also die, die nicht zugucken. Ich hab ja mehr Kommentare auf der letzten Folge, nur deswegen, weil... Grüße von... Äh... ... ... noch mal das rein. Hm. Wo soll ich denn das sonst her haben, als ich dich für den Text aus? Nö. Ich weiß aber nicht mehr, ob ich das grad angenommen hab. Ach egal. Ja. Ja, die zu dir ist grad gesagt. Nein, das hab ich mir auf den Finger genommen. Ja. Du musst doch mal fragen können, oder? Klasse, jetzt baumst mein Viech da oben, ey. Oh, kann er schon ein bisschen aufbauen. Hast du inzwischen ein anderes Mikrofon? Nein, das ist das gleiche. Wieso, hab ich mir anders dann? Nö, weiß ich noch nicht, hätt ja sagen können. Nö, hab noch nicht mehr so Bockzacken, ne, ich hab keine Ahnung. Weiß nicht, ob sich das überhaupt lohnt. Ja, das kann ich leider auch nicht sagen. Wahrscheinlich schon, von der Soundqualität her. Unten ist so ein Schwammstock. Schwammstock, ich fühl mich gleich wie ein anderer Spieler. Ich bin der Schwamm. Ne, du bist ein Stock. Oh, ich mag sogar beides, Mann. Ich mag den Stock in mir. Ja, das ist noch mal anderes Thema. Ja, doch, ich bin noch der Schwamm. Du, ich hab da übrigens wohl draufgedrückt, der ist kaputt gegangen. Toll, guck dir mal den Mist an. Du kannst ja nicht so lassen. Doch, kann ich. Okay. Diese grüne Farbe steht dir nicht. Der andere Schwammstock ist da oben, kommen wir da irgendwie noch hin. Bestimmt. Oh ja. Hey, Schluckabstück. Komischer Kakerlaken-Magier. Gut, dass unsere Kakerlaken keine Magier sind. Irgendwann. Nach einem Atomkrieg, weißt du. Ja. Stehen sie auf. Und nehmen sich die Welthaftschaft an sich. Und nehmen sich die Welthaftschaft an sich. Vielleicht hast du ja wirklich, wenn er wirklich mal, sag ich mal, vielleicht, ein außerirdisches Volke hat, das sich wirklich wie so Kakerlaken vermehrt. Das ist echt eine Arschkarte. Kannst du gar nicht so schnell umbringen, wie die nachkommen. Wie überhältst du doch was? Ja, so wie die Zerk, ne? Uff, jetzt hab ich den irgendwo draufgedrückt. Ja. Von daher kamen die ganzen Gegner. Ja. Toll. Und los. Ähm. Die machst du alleine, hab ich gehört. Mach ich das? Jo. Wo hast du denn? Ach, hast du alle ganz alleine gemacht. Ja. So. Ist ja geil. Supergeil. Also dieser Speed-Buff ist irgendwie cool. Toll, dann bist du noch schneller. Ja, du hast ihn doch auch. Nein. Nichts nicht. Doch, acht Prozent schneller bewegen für zwei Minuten, blablabla. Truhe. Ja, ich hab auch eine Gott geöffnet. Deine Truhe greift die aus den Gradern. Ja, das passiert mir manchmal. Du sollst aufheben und nicht, nix zaubern, ey. Das ist aber sehr verstörend. Hol mal kurz hier weg, der auf meine Tasche. Das ist passiert, du hast so lange gebraucht. Das ist der Schöpfchen. Ja. Ich hab dann klaute keiner mehr, das wegzunehmen aus. Ich hab dann glaubt mir dabei, ne. Ich sag das jedenfalls, er glaubt nicht. Ich hab dann nicht. Seine Tasche beißt. Noch ein Geschwindigkeits-Buff. Boah, ey. Schade, das ist nicht stapelbar wahrscheinlich. Er sieht nicht so aus. Wie kommen wir denn da hoch? Ich weiß nicht mal, wo du bist. Achso. Ach, dahinten geht das so. Gut, dass wir den Speed-Buff haben. Gut, dass du so drei Kilometer schneller bist als ich. Ist ja schon da. Oh. So. Jetzt dürfen wir den Schwamm stoppen. Naja. Du ignorierst die Gegner, die hinter dir laufen? Ja. Gibt ja nur Erfahrungen. Ach nee, dann werden wir ja wieder hochlevelig. Das geht ja nicht. Dann wird das wieder langweilig. Hm. Nee. Hm. Wie, mal platzen. Aha, das ist... Der... Stock. Okay. Was verdammt. Ich muss mal kurz meine Katze vollstopfen. Ich lach, weil ich weiß, dass du denn echt auch ne Katze hast. Die arme Katze. Die steht drauf. Okay, das... Du kriegst bald nen Anruf von Peter. So. So, wir sollen ja herausfinden, warum die so aktiv sind. Vielleicht wenn wir draufhauen? Wir sind ja auch nicht. Es ist kein Untergrund. Könnte ein Grund sein. Könnte ein Massenausrottung sein, die wir zuletzt durchgeschührt haben. Ach, das... Nein. Nein. Die sind Schädlingsbekämpfer. Da sind Eier. Eier kannst du auch zerstören. Gibt's Geld drin. Oder andere Sachen. Fack. Die Massenweise Ausrottung vielleicht. Ah, ne. Ja, komm runter, Alter. Ist mir aufgefallen. Das ist aber nur die Quest, die wir jetzt von den Typen gekriegt haben, ne? Ja. Wo ging denn die Hauptquest weiter? Weiß ich nicht. Eigentlich auch irgendwo in dem Gebiet. Also stand da zumindest. Ja? In dem Gebiet davor. Achso, im Gebiet davor. Boah. Aber ich glaub da kommt auch die Quest ursprünglich, äh. Ja, ja. Wir sollten ja zu den Typen mit den Geschützen, falls ihr erinnerst. Ja, ja. Der nette Typ, der meint, äh, ja, der braucht unbedingt Hilfe. Und hat dann so viele Autogeschütze da stehen. Oh, ne. Der braucht definitiv Hilfe. Wennst du oder lach, tu ich? Stehst du denn einfach grad? Nein, das sieht nur so aus. Achso. Das ist so ein Kunstfehler. Ich hab grad einfach geschoben. Ich hab grad einfach geschoben. Das ist der Verleihung. Ich hab grad deine Leiche. Uh. Tut weh, wer es wiederbelebt. Oh, das kostet einen Viertel von Gold, ey. Oh. Ja, das ist sehr gut. Dann hast du ja noch weniger, dann kannst du ja nicht mehr so teurer sein. Ja, man muss das immer positiv sein, ne? Ja, erstmal kann es nicht so teuer sein. Ich hab' nicht genug mal. Ich hab' nicht genug mal. Für den Schwarmstock sieht das aber jetzt nicht grad voll mit Eiern aus. Ich glaub eher, dass die halt in den komischen Türen untergebracht sind, ne? Nein! Niemals! Ich hab kein Verhalten von Insekten! Die Insekten sind wie sehr haltentückisch! Ja, was sollen wir hier machen? Ach, die Eier zu stellen! Oh! Ähm... Der gehört dir! Fusstenkoloss! Distanzschmetterangriffe! Bring ein befallener Skarabäne hervor! Stein... Steinkeckerner, aha! Ja! Boah! Ich hab' den Schaden fällt jetzt nicht grad! Nö! Ja, sperr dich ruhig mit uns allen, das ist eine Haltung! Ich glaub du bist der der den Schaden hier vorgebracht! Ich hab' das Gefühl ich mach' keinen Schaden mehr! Ja... Ich glaub' das hattest du vor zwei Monaten auch schon mal gesagt! Na, gut! Das hab' ich doch so viel gehört auch schon gesagt! Ich bin nur, dass du dich gut trinkst! Ja, ja! Dann spielst du ja nie wieder im Spiel! Naja, und er war jetzt die Schuld warum die Fiecher jetzt böse sind oder wie! Boah! Schon wieder voll! Better Nerf! Zu groß ist das Inventar! Warte, was sieht noch aus, außer dass... Ja, hier ist so'n... 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 So'n kleiner, frischen Bus! Das sind Eier! Können was flott! Ja, das weg! Kann uns nicht blönern! Pfeifer, nicht auf ein Schiefer, aber irgendwo steht schon! Was uns am Ende noch lebt, ist wahrscheinlich was! Bleib doch mal stehen, Alter! Ja! Das Inventar ist voll! Ja, dass das Inventar voll ist, hast du ja grad glaub' ich schon mal gesagt! So, rein! Will mitmachen! Hä? Hey! Der kann ja sogar her! Voll heim... Geheim Loot! Roboter Teil! Oh! Wieder eins gefunden! Yay! Fehlen uns wahrscheinlich noch schon drei oder so! Wohin müssen wir die nochmal abgeben! Die müssen wir nicht abgeben, müssen wir nochmal finden! Hm! Ja dann! Ja! Abgeben! Pfff! Wer ist denn der Punkte für kriegen? Ja! Gehen wir mal da durch! Ach, ich hab schon wieder zwei Skill-Punkte! Yay! Happy Birthday to Skill-Punkts und so! So! Ja! Und nicht anders! Äh, der Typ ist weg! Ich glaub wir müssen noch zu dem da draußen steht, oder? Äh, nein! Du kommst nur ganz woanders hin! Freiheraus! Juuu! Ja! Euer Begleiter ist zurück! Mach kurz! Ich will neue Sachen wegkriegen! Hm? Ich will neue Sachen grad wegkriegen! Ja ja! Der Hund ist voll! Äh, ich bin voll! Da unten ist ich auch, aber der kam grad wieder! So! Äh, was sagt die Karte? Da oben ist keine Quest mehr! Da unten ist jetzt, durchbrechen die Belagerung! Nach Zephy aus Rückkern! Wo bist du jetzt? Da oben! Ja! Ich schätz mal in der Hauptstadt ist der Typ! Ich frag nur, ich will grad nur wo unsere Quest hin will! Am Arsch der Welt grad irgendwie! Hm! Du willst ja immer laufen! Ja guck mal, da unten kommst du ja gar nicht hin! Ja doch! Nein! Ich war da sogar schon mal! Ja! Ich weiß! Das war deine verschlossene Tür! Hm? Die ist jetzt offen! Ich bin gleich da! Ja ja! Das ist die Zeit! Ich mach noch ne Mittagspause und ich weiß nicht! Ich such mir einen Grund weiter zu leben! Vergiss es! Okay! Verdammt! Ich hab dich verlaufen! Ich seh's! Naja! Während er hierher läuft sag ich schon mal tschüss und auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal denn die Folge endet jetzt nur noch hier! Bye! Ciao!